Bisher bei Resident Evil Revelations. Raymond, du bist es doch, oder? Auf Schmerzen, Kadett? Nein, ich kann auch kämpfen. Haha, guter Mann. Du hast wohl an alles gedacht. Aber selbst die FBC wird bei dieser Sache nicht alles verschleiern können. Überlass dem Himmel, Gerechtigkeit zu leben. Genauso wie in Wacoom City. Terra Grigia ist ausgelöscht. Sieht aus, als wären wir beide zu spät. Hey, kommt mal her. Schaut. Die, ihr eintretet, lasst alle Hoffnung fahren. Alle Hoffnung fahren? Er zitiert Dante. Wir fliegen nicht, Jill. Das verspreche ich. 2 Wunschium! 0 0 0 0 0 0 Wir sind Veltro, nachsüchtige Wunden aus den Tiefen des Icarbors. Verdammte Terroristen! Wir hatten diese Bastarde doch erledigt. Dann habt ihr wohl ein paar übersehen. Und die sind auf dem Schiff. Und jetzt wollen sie mit dem Virus noch einmal angreifen. Sie wollen alles über Terragritia wissen. Und sie wollen Rache. Jill, sieh mal. Das ganze Schiff ist ohne Strom. Das Schiff läuft auf Notstrom. Aber das Nachrichtensystem braucht den Hauptstrom. Wir müssen den Maschinenraum reaktivieren. Aber das wird nicht einfach. Wir haben sie mit dem Squirt. Wir sind gerade noch im undergoes Aufmerksamkeit. Wir können also das Schiff. Wir können auch noch im Großen rein. Wir können auch mal泣ir. Wir können auch die Schiff. Wir müssen auch die Schiff. Wir müssen hier einschließen. Und das ein Schiff. Wir müssen hier einschließen. Wir müssen doch nachher schiffen. Untertitelung des ZDF, 2020 Raymond! Hier, was könnt ihr vielleicht brauchen? Wie ihr schon sagtet, ihr braucht dringend Strom. Mit dem Schlüssel kommt ihr ins Casino im ersten Stock. Dann findet ihr einen Lift, der euch in den Kielraum bringt. Aber zuerst müsst ihr mir etwas sagen. Ihr habt hier keine anderen FBC-Leute gesehen, oder? Da reiche meine Partnerin Rachel nicht. Verdammt! Ich hab nichts von ihr gehört, seit sie zum Kielraum gegangen ist. Sollen wir nach dieser Rachel suchen? Können wir. Aber erst nachdem wir den Strom wieder eingeschaltet haben. Ja. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Untertitelung des 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 ZDF, 2020 Ah, kriege ich damit mehr Münzen? So was hätte ich gern zu Hause. So was ich das? So was ich? Ich hab noch den Schuhlisch. So was ich? Ab. So was ich. So was ich? So was ich. So was ich? Okay. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Untertitelung. BR 2018 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 Untertitelung. BR 2018